119 zu wieder einmal einem großen Mix an Themen reingeklatscht schön in ein Podcast-Format, so will ich es aber mal betiteln. Wir haben ein Deadline-Day noch abzuhaken, das war der letzte Stand von, ich sag mal, VfB-News, Podcast, wie auch immer, war von Donnerstag auf Freitag und Freitag war dann ein Deadline-Day, das heißt, da noch ein paar Geschichten, die nicht rein müssen, das Freiburg-Spiel sprechen wir kurz an und danach wieder, ja, gemischtes, einfach gemischte Werke und dann sind wir durch mit der Episode, dann später auch, mal gucken, wie lange es dauert, ich gebe keine Einschätzung mehr ab, weil es eh immer anders wird, wir gehen direkt rein, Deadline-Day, erster Punkt ist Flachodimos, unser ehemaliger, ja, meistens, glaube ich, dritter Keeper, kommt aus Stuttgart, Geburtsort Stuttgart, ist von uns dann rüber zu Palatinaikos, von da aus zu Benfica und nun, da waren ja auch mal irgendwie dickere Angebote auf dem Tisch, ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal kurzfristig zu den Bayern aufkamen und sowas, also da hätte man fast noch einen größeren Verein erwartet, nun ist er zu Nottingham Forest gewechselt, ich meine, bei uns hat er auch irgendwann mal ein, zwei Spiele gemacht, über unser Unterzorniger noch oder so, gerne mich da korrigieren, wenn ich da Quatsch erzähle, auf jeden Fall einer, den man auch hätte halten können, gerne mal als Jugendkeeper, einer von ein paar Talenten in Zukunft oder aus der Vergangenheit für die Zukunft, wo wir vielleicht falsch eingeschätzt haben, wenn man da mal generell ein Video zu hat, irgendwann vor kurzem mal eine Liste gemacht, weil es mich interessiert hat, dieses Thema von, wie können wir immer unsere besten Talente abgeben und so weiter, da habe ich, glaube ich, irgendwann mal auch ein Dokument aufgesetzt mit einigen, einigen Spielern und Einschätzungen und so weiter, vielleicht muss ich das erstmal auch in so Podcast-Form bringen, wen das interessiert, ob ich das gerne in Kommentare schreiben, Quintessenz hier raus, ich weiß gar nicht, warum das so billig war, 5 Millionen und Marktwert 16 Millionen, wahrscheinlich Vertrag ausgelaufen oder bald ausgelaufen bei Benfica, auf jeden Fall kriegt man für den, ich habe irgendwas gelesen, also irgendwie 400.000, 500.000, irgendwie sowas für den bekommen, wird dann ganz sicher ja keine Weiterverkaufsgebühr mehr sein, weil ja schon ein paar Vereine dazwischen liegen, sondern eben hier das Thema von hier Ausbildungsentschädigung und so weiter, weil eben bei uns aus der Jugend kamen und wirklich U17, U19, alles durchgemacht hat, VfB 2, genau. Nächstes Thema, Sanko, das kam, ja, nicht so ganz aus nichts, das ist auch falsch, aber vielleicht ein bisschen überraschend, weil er doch schon echt die ganze Vorbereitung und so weiter mitmachen durfte, auch ein paar gute Spiele, hatte ein paar gute Testspiele, aber hat man ja auch gemerkt, den Pokal dann nicht, wo der Kamerait, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall immer so ein bisschen hinter anderen Leuten, hinter Leveling, hinter Milosevic, der hat seine Einwechslung bekommen in der Liga, Milosevic beispielsweise oder auch Leveling, er halt nicht und deswegen geht es für ihn wieder zurück in die Niederlande, da kommt er ja selber auch her, selber Holländer und da geht es zurück in die 1. Liga-Ärede-Wiese, letztes Jahr war er ja bei Vitesse und jetzt geht es zu Herakles Almelo, falls man mich so ausspricht, ja, Leihbasis, keine Kaufoption bei ihm, ja, muss ich sagen, bei ihm ist es ein bisschen schade, weil Sanko halt schon, ich glaube auch so ein bisschen Fan-Liebling oder auch so ein bisschen einen Hype-Status hat einfach, weil er damals so stark hochkam und man sich erhofft hat und dann eben dieses eine, ja, Spiel gegen Fürth da leider, wo er wirklich so saunah am Kader dran war, eingemessert wurde und gefühlt, der Jair Kaleit schon in Option 2 war, so gefühlt war der schon vor Al-Ghadoui in der Rangordnung, wie ich es richtig im Kopf habe, und dann eben dieser eine Crash mit dem Keeper, war kurz davor, ich glaube es 4, 5 oder 6-0 zu machen, weiß nicht, welcher Stand es da war, crasht in den Keeper rein, dann diese ewig lange Verletzung, jetzt eben die nächste, zweite Laie für ihn, aber ey, keine Kaufoption, kein Nix, also man glaubt doch an ihn und vielleicht hat er nächstes Jahr dann noch mehr Chancen, weil jetzt muss man ja gerade sagen, wie gesagt, Gerasi hast du vorne drin, der normalerweise immer spielt, außer er ist verletzt, und da kann er vorne auch zocken, du hast einen Leveling, der da vorne in der Sturmspitze auch zocken könnte, denke ich mal, Milosevic wird gerade ständig eingewechselt, ist vor ihm in der Rangordnung, also da ist halt einfach nicht wirklich der Weg da, für Sanko aktuell für Spielzeit, so ehrlich muss man ja sein, und dann lieber erste holländische Liga, letztes Jahr der, ja, ich weiß gar nicht, also die Stats waren, glaube ich, gar nicht so besonders, das hat aber scheinbar dann so gut, dass er, dass eben nochmal ein Verein ihn dort ausleihen will, ähm, in der Eredevise, und deswegen, ja, muss er es machen, weil Regionalliga bringt dem ja, bringt dem Kerl ja auch nichts weiter, Araucho, äh, noch ganz, ganz kurz, ähm, da war nämlich auch dann quasi am Deadline-Day, äh, morgens, äh, für uns natürlich ein bisschen schade, weil wir ein bisschen auf den gehofft haben, vielleicht auch, ähm, da war da so ein bisschen Angst da, fuck, den kriegen wir ja gar nicht, kommt da noch was in der Innenverteidigung, da kommen wir jetzt gleich im nächsten Schritt dazu, ähm, aber da kam ganz klar, dass er bleiben soll, bei Benfica geblieben ist, äh, Burnley und auch wir haben, äh, Leihangebote abgegeben, aber hier, äh, der Schmidt, kennt man ja auch den Trainer von Benfica, ähm, halt nie für einen Top-Spieler und wollten ihn dann doch nicht mehr verleihen, und dann eben, gesagt, nächster Schritt, kam Rouault, Anthony Rouault, ähm, ich glaube, so spricht man sogar auch den, den Nachnamen aus, Rouault, also ganz witzige Schreibweise, ähm, ähm, der Kollege, 22 Jahre alt, ähm, 1,86 groß, Innenverteidiger, ähm, rechtsfuß, äh, 10 Millionen Marktwert hat der Kollege und er kommt nun per Laie mit Kaufoptionen, oder er kam, ist ja schon mittlerweile schon da, ähm, und da muss man eben, deswegen habe ich direkt auch schon den, den Marktwert angesprochen, da ist tatsächlich der Fall bei ihm, dass wir den jetzt ein Jahr lang ausleihen, wie gesagt, äh, aktuell 10 Millionen Marktwert, er hat auch, glaube ich, nur Vertrag bis 2024 bei Toulouse, wenn ich es im Kopf habe, also, ähm, weiß ich, wie genau das da jetzt läuft, weil es eben nicht nur eine Kaufoption ist, sondern eben, so wie es berichtet wird, eine Kaufpflicht, wenn wir die Klasse halten, den Klassenerhalt sichern, was, von was wir allem, ich sag mal, ausgehen und darauf hoffen, dann greift eine Kaufpflicht, das heißt, vielleicht muss man ihn deswegen nicht verlängern, weil normalerweise kannst du ja keinen Spieler verleihen, er nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann musst du ihn ja verlängern, damit du das machen kannst, aber vielleicht ist das dann bei, bei der Thematik Kaufpflicht was anderes, weil er dann ja sowieso weg wäre im nächsten Sommer, aber egal wie es ist, auf jeden Fall soll die bei 3 Millionen liegen, weil das war so ein bisschen die Frage, ich bin da auch, habe ich oft gesagt, bin ich auch ganz ehrlich mit euch immer, bin ich der falsche Ansprechpartner, für Thema Scouting, oder dir genau zu sagen, wie gut der ist, ich schaue mir halt auch, wie gefühlt alle anderen, also ein bisschen sein Transfermarkt.de, oder generell seine Karriere an, und seine Stats und so Geschichten, machen wir damit ein bisschen ein Bild, aber es gibt natürlich auch ein paar Leute mehr, die da mehr Ahnung haben, die dann noch mehr ins, ich sag mal, Hobby-Scouting gehen, und da sind schon sehr viele, sehr überzeugt von ihm, und deswegen war es so ein bisschen die Frage, 10 Millionen Marktwert, so ein bisschen ein Thema, wie bei Tomasch oder sowas, oder auch wie bei Undaf, der glaube ich auch ja 10 Millionen Marktwert hat, und da war immer so ein bisschen das Thema, yo, Laie ist schön, Kaufoption ist noch besser, aber die ist halt hoch, bei Undaf irgendwo bei 10, 11 Millionen, glaube ich, wenn ich mich richtig im Kopf habe, dann Tomasch war ja noch mehr, 13, 14, 15 Millionen, und bei ihm sind es halt 3, weil wir dachten eigentlich dann auch gut, 10 Millionen Marktwert, das heißt, er kostet auch nächstes Jahr 10 Millionen Ablöse, oder sowas als Kaufoption, nein, 3 Millionen, und das klingt schon auf den ersten Blick, nach einem richtig starken Transfer, das klingt nach, Wohlgemut hat gekocht, weil wie gesagt, du guckst auf den Spieler drauf, du siehst ein, 10 Millionen Marktwert, bei Toulouse, junger Innenverteidiger, eben der Mafropanos Ersatz, natürlich wie bei Endo auch, richtig 1 zu 1 setzen kannst du nicht, vielleicht auch vom Standing her nicht und so beim VfB, aber er passt eben auch vom Typus, vom Spieler her, von der Größe, Rechtsfuß, also eben auch Richtung Rechtsverteidiger, oder rechts in der Dreierkette, in der Innenverteidigung generell, das passt alles bei ihm, und dann denkst du dir halt, hey, warum 3 Millionen, so, deswegen letztes Jahr ja auch bei ihm, das war ein bisschen, was manche jetzt aktuell vorgeworfen haben, dass der Kollege halt aktuell nicht spielt, diese Saison hat er die ersten 3 Spiele halt nicht gemacht, scheint da wohl so ein bisschen leicht in der Formkrise zu sein, deswegen vielleicht auch dieser Wechsel für seine Entwicklung, weil sonst muss man auf den ersten Blick sagen, warum geben die den ab, so ganz generell, weil letztes Jahr hat er 40 Spiele gemacht, der war da Stammspieler, Toulouse ist auch tatsächlich Pokalsier geworden dort, und doch, nächste Parallele zum Afropanus ist ja auch, dass der ja auch damals geliehen wurde, und dann kam, ich glaube, war auch da eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption, wahrscheinlich dann auch Kaufpflicht bei, oder eine Kaufoption für den Klassenerhaltsfall, irgendwie sowas, aber da waren es ja auch 3,2 Millionen, und selbst damals waren Afropanus schon deutlich mehr wert als 3,2 Millionen, und sowas bei ihm ja auch, der ist ja auch rein von den Stats, von aktuellem Marktwert her, deutlich mehr wert als 3 Millionen, also auf jeden Fall so ein bisschen Afropanus-Throwbacks vom Spielertypen her, von der Laie-plus-Kaufoption-Konstellation, das kann schon sehr, sehr interessant werden mit Ruho, ich finde, ich einen guten Transfer auf den ersten Blick, wie gesagt, ohne tiefer in den Scouting-Gang zu sagen, also es sieht nach einem guten Transfer aus, und bei ihm auch immer nett, oder war nett in seinem, ja, hier Statement, dass er bei uns ist, natürlich weiß ich auch, dass sich mein Landsmann Benjamin Pavard hier zum Nationalspieler entwickelt hat, auch irgendwie geil, auch irgendwie feierbar, und, sehr interessant, wir waren auch schon mal im Januar 2021 an dem interessiert scheinbar, damals Marktwert 1,5 Millionen, also noch untermissend hat, waren wir auch schon ihm interessiert, das heißt, da guckt man auf jeden Fall auch schon länger drauf, weil klar müssen wir das weg, aber ich denke mal irgendwie Scouts oder so sind vielleicht noch da oder so, also auf jeden Fall einer, der sich ja länger angeschaut hat, und diese Liste, oder die, nicht Liste, die Meldung, dass es eben dieses Detail in der 3-Millionen-Klausel gibt, dass wir eben ihn verpflichtend fest Kaufpflicht, wenn wir den Klassenreiz schaffen, die kam von der Bild, und ja, genau, würde ich sagen, habe ich Bock auf den Mann, mal gucken, wie schnell der bei uns Fuß fasst, wie schnell der auch eben seine Spielzeit bekommt, weil aktuell gibt es eigentlich doch recht wenig Grund, da irgendwas zu ändern hinten, ne, Ito, Anton, Zagadou, also am ehesten wahrscheinlich Zagadou dann rausrotieren oder so, das ist die Frage, spielst du generell, auch wenn Wackmann zurück ist, spielst du weiter diese, die Viererkette, oder gehst du wieder auf Dreierkette, da wird natürlich ein bisschen mehr Platz, hinten in der Innenverteidigung für die Spieler, oder für den Ruhr dann eben, bin gespannt, wie schnell der wirklich zum Mafopanos-Ersatz wird, im Sinne von auch Stammkraft-Ersatz wird, das nächste Ding, einer ist nämlich noch gegangen, da hinten aus der Verteidigung, nämlich Borna Sosa, und das war was, was vielleicht nicht überraschend kam, generell, weil er ja immer schon irgendwie weg wollte, und Sevilla und so, aber dass auf einmal dann Ajax kam, das war ein bisschen überraschend, auf einmal kam Sven Missentat auf ihn zu, wohl am Abend vor dem Deadline-Day, und dann wurde alles am Deadline-Day offiziell gemacht, kam morgens die Meldung von Fabrizio und Co., wir bekommen für ihn, das hat dann Sky berichtet, 10 Millionen plus 10 Prozent von einem möglichen Weiterverkauf bei Borna Sosa, also Weiterverkaufsbeteiligung, die musste man sich auch in irgendeiner Form sichern, vielleicht kommt ja nochmal noch ein größerer Transfer von Ajax weg, oder generell ein Transfer von Ajax weg, wenn du eben noch ein bisschen Geld bekommst, wenigstens, weil das ist ja der Punkt, den ich glaube, obvius ist, den anzusprechen, 10 Millionen, oder wie auch später dann berichtet wurde, von Fabrizio Romano, dass es dann 8 Millionen sind, das ist schon, das ist schon wenig, haben wir uns die letzten Wochen, oder habe ich mich auch die letzten Wochen schon oft drüber aufgeregt, auch in den Gerüchten schon, wie der Einbruch kam, ist echt faszinierend bei Sosa, ich meine, wir hatten für den im Winter, 2021 war es, glaube ich, hatten wir für den 30 Millionen, 35 Millionen auf dem Tisch liegen scheinbar, von Aston Villa zum Beispiel, und jetzt geht er für 8 bis 10 Millionen, das ist schon ziemlich hart, aber wie gesagt, wir haben uns schon ausreichend drüber aufgeregt, es ist halt nun mal so, hätte weiterhin gerne irgendwie um die 15 bekommen, für ihn ist halt irgendwie nicht drin, immerhin die Weiterverkaufsbeteiligung noch, wir hoffen einfach mal, dass die Zahlen eher stimmen von den 10 Millionen, weil es hieß ja immer der VfB, wir sind wenigstens zweistellig, und das wären ja 10 Millionen, 8 Millionen wären das nicht, deswegen hoffe ich mal eher auf die deutschen Quellen da, sag ich mal, die da von 10 Millionen berichtet haben, und bei ihm muss man ja sagen, habe ich auch schon oft genug angesprochen, deswegen ein bisschen kürzer jetzt hier, vielleicht in dem Punkt, dass es vielleicht auch jetzt einfach ein Zeitpunkt war, wo du ihn einfach dann noch gehen lassen musst, letzten Jahre immer wieder, immer wieder Gerüchte gewesen, immer wieder, ja, mal weggewollt, dann aber doch noch geblieben, Thema Winter 2021, nee, ich mache nicht den großen Transfer in die Premier League, ich bleibe, will den Klassen halt mit euch holen, und dann im Sommer wechsle ich, dann ist er im Sommer doch nicht gewechselt, so diese ganzen Geschichten, und aktuell dann eben einfach ein bisschen bockig, so wie es rüberkommt, nicht mehr wirklich Stammkraft, nur von der Bank gekommen, und dann, ja, reißen wir es aber nicht aufhalten, dann gibt es ihn halt lieber ab, als halt ihn noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, bis zum Winter bei uns zu halten, obwohl er eigentlich gar keinen Bock hat, noch hier zu sein, ich glaube, er hat aktuell jetzt in diesem Sommer irgendwie gemerkt, dass er gerade jetzt dann wirklich, wirklich auch gehen muss, oder gehen will, ist er auch schon, in Anführungszeichen, schon 25 mittlerweile, wie gesagt, acht bis zehn Millionen, immer ein bisschen schade, weil dieser Linksverteidiger, der linker Wingback-Position, ist jetzt auch nicht unbedingt, ja, schon recht rar, auf dem Transfermarkt, ein Problem bei ihm wird halt für immer sein, habe ich auch bei den Kollegen beim Ajax, Ajax-Fan-TV drüber gesprochen auf Englisch, dass er eben defensiv nicht so unbedingt die größten Stärken hat, eben vor allem der linke Fuß und vor allem die Flanken, deswegen hat er wahrscheinlich nie wirklich der größte Verein, oder die größten Vereine auch wirklich richtig, richtig Geld auf den Tisch gelegt für Sosa, und dass er sich endgültig für ihn entschieden hat, wahrscheinlich einfach wegen dieser bisschen Fragezeichen in Sachen Defensive, und dass man ihn eigentlich gefühlt nur als linker Außenverteidiger, linker Wingback spielen kann, war jetzt eben auch durch das Thema, dass er ein bisschen bockig war scheinbar, auch ein bisschen, ja, in Ungunst gefallen, fast bei uns VfB-Fans, würde ich sagen, und da kann ich aktuell verstehen, aber wenn man generell drauf schaut, der war jetzt fünf Jahre da, der war der dienstälteste, der nächste nach ihm ist, glaube ich, Bredlow oder sowas, ab 2019 eben, der letzte Transfer, der nicht vermisst hat, noch war, deswegen, der hat schon ein gewisses Standing bei uns, hat auch einen entsprechenden Abschied bekommen, siehst du ja immer in Statements und so, eine Länge davon, und besondere Grafiken, wie wichtig der Spieler war, der da jetzt gewechselt ist, sag ich mal, doof gesagt, deswegen will ich bei ihm vielleicht auch so ein bisschen noch aufräumen damit, dass man gerade nur komplett drauf schaut, und sagt, ja, ist der bockig und sowas, defensiv kann er auch nicht, dann soll er halt weg, der war schon wichtig, nicht der Mann, also so ist er nicht, der war schon wichtig, hier Sosa auf Kalajic, die Phasen, hat der VfB nochmal rausgehauen, auch 100 Partien für uns gemacht, 35 Assists, fünf Tore, der hat 40 Scorer gemacht, in 100 Partien, der war schon zu Zeiten sehr, sehr wichtig, schwierigen Start gehabt, 2018, als er kam, direkt abgestiegen, zur Liga war auch so mäßig, und danach, immer, immer besser geworden, wie gesagt, diese Phase, vor allem mit Sosa auf Kalajic, seine Flanken generell, hat sich auch oft, so wurde es ja zumindest berichtet, oft auch wirklich geopfert für uns, oft auch unter Schmerzen gespielt, unter Schmerzmitteln gespielt, und so weiter, wie gesagt, oft auch abgelehnt, gesagt, ich gehe hier nicht, bevor ich die Klassenerheit gesichert habe, also dem konnte man, glaube ich, auch die Identifikation mit dem VfB komplett abnehmen, war auch irgendwo auch Fanliebling, auch diese Bilder nach dem Köln-Spiel, nach dem, nach der Rettung gegen Köln, mit ihm auf dem Platz, mit den Fans, also es ist nicht nur die letzten ein, zwei Wochen, dass er ein bisschen bockig ist, sondern es steckt natürlich schon deutlich mehr drin, in den letzten fünf Jahren mit Borna Sosa, und deswegen muss ich auch sagen, dass ich es ein bisschen, äh, ein bisschen schade finde, äh, den Transfer, und irgendwie kam da auch, wahrscheinlich, weil bei Endo einfach auch so ein bisschen, der Überraschungsfaktor zu groß war, und war ein bisschen zu sehr geplattet davon, so wie der ist jetzt gewechselt, und bei Mafopanus war auch klar, der will wechseln, deswegen, tatsächlich Sosa auch mit den Abschieds, Videos von ihm selber, auch vom VfB, auch seinen, äh, hier quasi letzten Worte zu den VfB-Fans nochmal, bevor er zu Ajax ist, und sowas ja aktuell machen, hat auch Endo gemacht, so ein paar Worte an die Fans gerichtet, das war schon, das war schon ein bisschen emotional, das war schon irgendwie auch höher, als bei Endo und so weiter, also der Sosa-Abschied hat irgendwie doch ein bisschen mehr, äh, weh getan tatsächlich, als ich gedacht hätte, natürlich auch das Bild dann eben, wenn du ein bisschen tatsch hieß, mit einem Sosa und dem Trikot in der Hand, natürlich auch irgendwie, ein bisschen, ein bisschen Herz gebrochen, fast bei dem Foto, ähm, aber, Borna Sosa jetzt bei Ajax Amsterdam, ähm, nicht, nicht nur auf die letzte Phase gucken bei ihm, nicht nur auf das bisschen bockig und ein bisschen, äh, vielleicht auch, äh, leistungsschwankend, äh, gucken im letzten Jahr oder sowas, generell in fünf Jahren auf Borna Sosa gucken, das soll ich auch so ein bisschen, äh, mitgeben bei ihm, das nächste ist Mola, äh, natürlich jetzt nicht mehr unser Spieler, haben ja einen Vertrag aufgelöst, auch trotzdem interessant zu gucken, und freut mich für ihn auch tatsächlich, muss ich sagen, weil ewig lange Verletzungen und so weiter und so fort, ähm, hat bei uns, glaube ich, ja, der war halt nie wirklich scheiße bei uns, er war halt nie krass, hat sich nie wirklich durchgesetzt, aber war auch nie schlecht irgendwie bei uns, ähm, eben diese lange Verletzungen, ähm, und Leihphase und so Geschichten, jetzt eben ein Vertrag aufgelöst worden mit ihm, jetzt hat er einen Klub gefunden, einen Jahresvertrag bekommen, bei Reading, ähm, gar nicht sicher, spielen die dritte Liga? Ich glaube, ich spiele dritte Englisch-Liga, oder zweite? Ich habe sie eher in der zweiten im Kopf, aber wahrscheinlich mittlerweile dritte oder so, äh, auf jeden Fall hat er eben enger wieder Fuß gefasst, jetzt hoffentlich, wünscht mir alles Gute bei ihm, ähm, ähm, Chil Dias, das ist ein Thema für noch nach dem Deadline-Day tatsächlich, aber der hat auch noch seinen Weg gefunden, es gab die Gerüchte um, äh, ja, Saudi-Arabien, um, hier, Limassol war es glaube ich, die alle nicht passiert sind, jetzt hat er einen Klub gefunden, nämlich Legia Warschau, 26 Jahre alte Kollege, ähm, mittlerweile auch Klub, Klub Nummer 10, Klub Nummer 11, irgendwie so um den Dreh, und jetzt geht es für eine Leihgebühr von 200.000 Euro für eine Saison zu Legia Warschau, die haben eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro nach der Saison, also genau der Betrag, den auch wir gezahlt haben, im Winter für ihn eine Million war das da auch scheinbar, ähm, die zocken auch sogar, äh, Conference League, also ein bisschen europäischen Fußball kann er auch spielen, da in Polen, natürlich auch bei einem von Spitzenteams in Polen, ähm, da natürlich im besten Fall, mach dein Ding dort, äh, liefere gute Leistungen ab, und dann bekomme deinen festen Transfer zu Warschau im nächsten Sommer, äh, Chil Dias, ähm, letzter Punkt, ganz kurz Transferfenster, sag ich mal, ähm, weil da natürlich interessant, wen wir gehalten haben, ich werde da ziemlich sicher noch ein, noch ein extra Video zu machen zum Thema Kader, äh, auf den Kader gucken, und auf Transferfenster gucken, so Fazitmäßig, aber hier ganz kurz, ähm, ähm, das auch einfach hervorzuheben ist, Seru Gerasi ist geblieben, er hatte Angebote, ähm, hat bei Sky bestellt, dass er Angebote hatte, die er aber abgelehnt hat, weil er und seine Familie sich wohlfühlen in Stuttgart, das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, finde es bei Gerasi auch einfach so geil, wie der auch interagiert mit den Fans, auf Twitter da immer wieder, man kann ja die, die Likes einsehen von Leuten auf Twitter, ähm, und da hat man eben auch gesehen, zum Beispiel ein Thema war, am Deadline Day war das glaube ich noch, ähm, hat jemand gepostet, äh, nach dem Motto, äh, Wohlgemut, wenn, äh, wenn ein Gerasi-Angebot, äh, reinflattert, dann war eben bei dem Tweet dabei, noch ein GIF, äh, ein kurzes Video, wie Wohlgemut am Gähnen ist, und sowas liked an Gerasi, dann weißt du eben am Deadline Day über ein Like von Gerasi, dass er auf jeden Fall bleibt, also der Wohlgemut juckt das überhaupt nicht, weil der bleibt eh, und das ist einfach cool sowas, der liked auch immer wieder andere Geschichten, wenn er erwähnt wird und sowas, der ist wirklich am Start da auch, ähm, also Gerasi, absoluter Fan-Diebling sowieso, ähm, interessant bei ihm, so ein bisschen Frankfurt war ja leicht, leicht, leichtes Gerücht, also ich hab's nie für realistisch gehalten, aber leichtes Gerücht nach dem, oder rund um den Mwani, äh, äh, abgang, aber da interessant, ich kann es grad gar nicht verifizieren, hab nicht nochmal extra geschaut, aber wurde berichtet zumindest, dass Gerasi scheinbar auch beim selben Berater ist, wie Kolo Mwani, und nach der Nummer mit PSG und so weiter, den Mwani-Transfer darüber, äh, war wahrscheinlich auch Gerasi dann doch quasi kein Thema, wahrscheinlich mit dem Berater erst mal weniger Bock drauf haben, äh, die, die Frankfurter, äh, irgendwie, ja, zu handeln, sag ich mal, ähm, und, interessant vor allem auch, das ist auch so ein bisschen der Unterpunkt vor allem, weil es wurde berichtet, ähm, oder in dem VfB-Doku-Format in Team in der zweiten Folge von Werle berichtet, dass wir wohl ab nächsten Sommer anders agieren können auf dem Transfermarkt. Also das hat sich nicht wortlaut so rausgehauen, würde ich sagen, aber durch die Blume kommt schon durch, und man kann schon reininterpretieren, sag ich mal, dass der, äh, dass wir diese Saison nochmal einnehmen mussten, aber dann eben, wenn dann irgendwann das Porsche-Geld und so weiter kommt, ähm, dass wir das im nächsten Sommer nicht mehr unbedingt so müssen, dass wir nicht mehr die großen Transfereinnahmen brauchen ab Sommer 2024. Und das ist, glaube ich, schon mal für alle von uns, äh, eine recht gute, äh, recht gute, äh, Meldung, hoffentlich stimmt das Ganze dann eben auch. Und, dass zuletzt noch hier, äh, zu dem Punkt Deadline-Day und eben zu dem Punkt Transferfenster, Transfermarkt, gab es noch was Interessantes, ähm, weil ich habe ja genau das auch angesprochen gehabt mit, ey, wir haben wieder so viel, wir haben wieder irgendwie, ja, keine Ahnung, 30, 35 Millionen plus gemacht und wir machen in den letzten Jahren so viel plus, wo geht das ganze Geld hin? Ähm, da hat die SDN, schon gerade Nachrichten, einen ganz guten Artikel veröffentlicht, der vielleicht das noch ein bisschen relativiert und die Summen und die Zahlen eben auch ein bisschen runterrechnet, eben, und in gewisser Form auch ein bisschen runterspielt, sag ich mal, ähm, weil eben, äh, ja, von den Einnahmen am Ende des Tages doch halt nur etwa 35 Millionen bleiben, statt, keine Ahnung, ich will jetzt genau eingenommen haben, irgendwie 50 Millionen oder sowas grob, ähm, allein schon mit Endo und mit, äh, mit Mafropanus, wenn die Boni ziehen, schon 35 Millionen eingenommen, äh, 50 Millionen eingenommen, aber da bleiben eben am Ende scheinbar nur noch etwa 35 Millionen übrig, ähm, weil eben Teil des Geldes noch abgeht, ne, Weiterverkaufsbeteiligung, Beraterhonorare, ähm, der Restbuchwert schreibt es auch nicht, was gerade ehrlich gesagt nicht, was der Restbuchwert ist, gerne mich aufklären in den Kommentaren, ähm, aber eben doch nicht so viel Einnahmen, weil eben solche Sachen noch weggehen, ist ja auch ganz klar, darf man nicht vergessen, ähm, und Gerasi, äh, äh, etwa 10 Millionen schreiben sie, also sie schreiben sogar von 9,7 Millionen Euro, die Gerasi als Gesamtpaket dann gekostet hat, äh, statt eben den 9 Millionen, die immer als Kaufoptionen berichtet wurden, ähm, und auch da wollen natürlich auch Berater bezahlt werden, Gehalt, äh, über, äh, über 3 Millionen Euro, das heißt, es ergibt bei Gerasi halt auch ein Paket von 15 Millionen fast, statt eben 9 Millionen, mit denen wir meistens rechnen, deswegen, so schreiben sie es hier, der Ware-Transferüberschuss 15 Millionen Euro, ist nun dafür vorgesehen, die Mindereinnahmen durch den Stadionumbau zu kompensieren, also da ist eben nichts von wegen 30 Millionen plus, dann einfach mal die Hälfte weg, durch eben, was ich gerade angesprochen habe, Beraterhonorare, durch Gehalt, durch, ja, Weiterverkaufsbeteiligung und so weiter und so fort, also das vielleicht ein bisschen, ähm, relativierend in Sachen, wir machen doch so viel Überschüsse, und wie können wir da kein Geld haben, man bleibt eben doch nicht mehr so viel Handlungsspielraum, gar nicht mehr so viel plus, deswegen fand ich den, äh, Artikel nochmal interessant, äh, mit reinzunehmen, ähm, und scheinbar, Thema Porsche, haben sie geschrieben, soll wohl im Herbst eine erste Tranche von 20 Millionen Euro, äh, kommen, von Porsche, dann machen wir weiter, mit dem nächsten Punkt, VfB 5 zu 0 gegen Freiburg, da haben wir eben natürlich sowieso schon, äh, ein bisschen Spielfazit, meine Meinung abgegeben, im, äh, Stadionvlog dazu, äh, am Ende nochmal auch diesmal wieder sehr, sehr ausführlich, oder sehr, sehr lang, deswegen, habe ich da wahrscheinlich auch schon viel gesagt, zum Spiel, ähm, hier hat es einmal einer reingeschrieben, oder auf Twitter gepostet, wollte ich auch nochmal mitnehmen, weil ich es genauso auch sehe, dieses Stuttgart kommt, war eine Riesenidee, das war eine Riesenidee, das zu übernehmen, ähm, oder das wieder reinzunehmen, ins Stadion, äh, in den Ablauf, in die Gesänge und so weiter, kam auch aus der Kurve, äh, die Idee, was da jedes Mal wieder abgeht, ist unglaublich, ich finde es immer so krass auch, weil es erst läuft es ja mit, ähm, mit dem Song, mit dem Audio von dem Song, der ist auch schon laut, dann geht der aus, und dann singt es die Kurve, das Stadion generell nochmal alleine, und dann scheppert es halt nochmal so dermaßen viel lauter, das ist unglaublich, und auch auswärts ist das so geil, also ich hab schon richtig, richtig Bock, ähm, weil ich mir davon ausgehe, dass sie es machen, äh, das auch in Mainz dann zu hören, mit, keine Ahnung, 4000, keine Ahnung, 5000, vielleicht, weiß grad gar nicht, ähm, Auswärtsfans in Mainz, das ist schon, das wird schon richtig, richtig geil, ähm, hier gehen wieder ein paar Tweets hier durch, ihr habt schon einiges angesprochen, auch selber in dem, in dem Fazit-Teil von dem, von dem Video, von dem Audio-Stadion-Vlog, ähm, aber hier natürlich einer führig gelobt, äh, mit seiner Effizienz, stiller gelobt, und eben auch Mübel, das sind wahrscheinlich so die Spiele, die man echt hervorheben muss, ähm, hab's auch angesprochen danach, nach dem, äh, nach dem Spiel, aber ich fand es echt krass, oder krass auffällig, wie hoch der Gänsehaut-Faktor war, bei der Auswechslung von Gerasi und Führig, das war brutal, was da für Standing Ovations, und was da für ein tosender Applaus war, das war brutal, also die beiden wurden in der 80. Minute ausgewechselt, und die haben mal richtig eine Auswechslung bekommen, also brutal und auch sehr geil, natürlich vor allem nach Paraden, aber auch gefüttert irgendwann gegen Ende bei jeder kleinen Aktion, Nübelsprechchöre, Nübelsprechchöre, das ist, dass ein Keeper bei uns aktiv richtig dick Sprechchöre bekommt, ist auch irgendwie einfach was Neues, und das ist ja auch, man hätte, mich juckt das nicht, aber vielleicht juckt es ja manches, einer, der von den Bayern kommt, und manche dachten auch, ah, Nübel will ich gar nicht, und da hat er doch seine Fehler drin, und gerade nach dem Leipzig-Spiel, so, ah, guck mal, jetzt, 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 äh, zieht man mal den richtigen Nübel in so ein paar Situationen, von so ein paar Leuten, die einfach generell, wahrscheinlich auch von Beginn an, keinen Bock auf Nübel hatten, soll es ja auch geben, aber was da für Sprechchöre immer und immer wieder gegen Freiburg haben für Nübel, einfach geil, und genau so pusht du diese Mannschaft, und genau so funktioniert es eben auch, wenn Mannschaft und Fans und eben auch Ergebnisse und Spielweise harmonieren, und das ist einfach aktuell so unfassbar geil, ähm, Stiller wurde natürlich immer nochmal hervorgehoben, äh, fast 90% Passquote, alle Trippings erfolgreich, fast alle Zweikämpfe gewonnen, 11 Kilometer Laufleistung, richtig geiles Debüt von, ähm, von, von Stiller, ähm, der auch, ich finde es einfach so putzig irgendwie, da einfach auch so schön ist zu sehen, wie glücklich der ist, dass er hier ist, und wie happy der auch über alles ist, ich meine, klar, aus Hoffenheim und so kennst du es auch nicht, den Running Gag können wir immer wieder, immer wieder ziehen, aber die, die, die Berichte von ihm da, es war schon sehr geil mit den Fans, ab und zu gab es schon Gänsehaut, als die Lieder angestimmt haben, es war einfach durchgehend laut, richtig geil, man hat sich einfach beflügelt gefühlt, das macht einfach sehr viel Spaß, äh, zu den Fans und zur Stimmung eben, gegen, äh, Freiburg, äh, der ist auch auf Insta und so weiter unterwegs, auch auf Twitter unterwegs, liked da auch Beiträge, ist interaktiv mit den Fans, das kann schon richtig was werden, mit Anschuldig Stiller hier beim VfB, ähm, und natürlich Nachspielende war gegen Bochum auch schon so, ist auch ein bisschen frech für die, und die tun mir auch fast leid, aber einfach geil dann auch so Videos zu sehen, wieder, ähm, die Freiburger mussten sich, ein paar Freiburger mussten sich, äh, auslaufen nach dem Spiel, also Spielfeld hoch und runter, und jedes Mal, wenn sie vor die Kurve kamen, gab es schön in der Ola-Welle, ähm, einfach geil, einfach schön, so macht das Spaß, ähm, hier Vertikalpass hat den Tweet rausgehauen, 5-0 gegen Bochum, 5-1 in Leipzig, und 5-0 gegen Freiburg, Leute, wir können das aber nicht die ganze Saison so machen, ähm, weil das ist natürlich auch, äh, absolut richtig, also was mir da bisher, was, was hier bisher passiert, ist ja völlig fernab von jeglicher Normalität, 5-0 Bochum, wie gesagt, das, das gebe ich noch von mir aus, wir haben auch mal viert mit 5-1 geschlagen, das kann mal vom Laster fallen, oder kann mal passieren, gegen, ich sag mal, äh, Vereine eben, die, ähm, auch unten stecken im Abstiegskampf, aber das war Freiburg, 5-0 gegen Freiburg, Europa League Verein, dass sie auch normalerweise nicht irgendwie, abschlachten oder so, Freiburg, und die klatscht du 5-0, also das ist unglaublich, auch hier einer mit einem Tweet, den ich auch 100% mitgehe, Girasie ist der beste Stürmer seit Mario Gomez bei uns, und das ist, das ist genau so der Fall, äh, wie gesagt, auch nichts gegen Karlajic oder sowas, der hat ja auch, der hat ja auch seine absolute Wichtigkeiten, auch seinen Fan-Deeping-Status, Girasie ist nochmal ein anderes Level, ähm, aktuell Torschützenkönig in der Bundesliga, fünf Hütten nach drei Spielen, ähm, hier hat, äh, fußballdaten.de, ähm, aufgelistet, wer aktuell überall Torschützenkönig ist, mit Haaland, Lotharo Martinez, Bellingham, äh, Ferguson in der Premier League, und von denen allen braucht tatsächlich Girasie auch am wenigsten Zeit, 50 Minuten pro Tor, aktuell bei Girasie, das ist brutal, ähm, da auch wieder das Thema, gerade vorhin auch beim Transfermarkt angesprochen, dass er geblieben ist, ist es so geil, den hätte man für 15 Millionen schießen können, den hätte man für 15 Millionen schießen können, als Verein da draußen, ich meine, wie gesagt, er hat ja Angebote gehabt und die auch abgelehnt, deswegen kann auch sein, dass er einfach generell nicht zu schießen war in dem Sinn, weil er muss natürlich auch annehmen, wenn irgendwer die Klausel gezahlt hätte oder generell ein Angebot gemacht hat, aber vom Grund auf her, man hätte den für 15 Millionen haben können, und das ist unglaublich, dass das keiner gemacht hat, ähm, natürlich auch die 10 Hütten zu Hause in zwei Bundesligaspielen, ist auch Klubrekord bei uns, ist ja auch ganz klar, war irgendwie auch logisch, dass wir, dass das eher untypisch ist, mit 10 zu 0 Toren zu starten in zwei Heimspielen, und, wir haben Spieler genannt und so weiter, hervorzuheben ist natürlich auch ganz klar, Sebastian Hoeneß, der ist jetzt da, 16 Pflichtspiele bisher, für uns, also Pokal und Liga, und in diesen 16 Pflichtspielen, hatte er einen Punkteschnitt von 1,94, zwei Punkte pro Spiel, das ist brutal, Torverhältnis 40 zu 21, hat ja einer mal ausgerechnet auf Twitter, ähm, das ist brutal, wir haben unter dem drei Spiele verloren, Freiburg, äh, Leipzig jetzt, bei der Hertha, und im Pokal gegen, ähm, Frankfurt, das war's, drei Nierlagen in 16 Pflichtspielen, das ist schon absolut eine Ansage, also Hoeneß, muss man auch weiterhin, wirklich, jegliche Hüte vorziehen, was der mit uns gemacht hat, hier aktuell, und, natürlich der Blick dann wahrscheinlich nächste Woche noch eher Richtung Mainzspiel dann, vielleicht wird er halt wieder, den guten Chris an den Start bekommen, äh, der letzte Saison auch, doch auch dabei war, der Mainzer in Real Life Chris, das heißt er glaube ich auf YouTube immer noch, ähm, aber, nächstes Spiel ist Mainz auswärts, bin ich dabei, und die haben ja auch, äh, aktuell gegen Bremen erst mal schön 4-0 verloren, generell Mainz nicht unbedingt den schönsten Saisonstart, da ist auch ein bisschen Unruhe drin, also da ist 100% was drin, letztes Jahr auch 4-1 gewonnen, jetzt ohne das irgendwie als, äh, als Standard zu nehmen oder so, aber in Mainz musst du definitiv nicht verlieren, sag ich mal mindestens, Darmstadt zu Hause, wie gesagt, ich kann es auch ganz witzig sagen, äh, 3-mal 5-0 am Stück, so warum nicht, Bochum, Freiburg, Darmstadt, 3-mal 5-0 am Stück, warum nicht, ist natürlich auch abgehoben einfach, deswegen lassen wir das, äh, aber, das Freitagabendspiel da, auch vor der Saison, auch ohne 5-0 gegen, äh, Freiburg, ohne 5-0 gegen Bochum, war vor der Saison klar, beim Spielplan war klar, das musst du gewinnen, wenn du diese Liga halten willst, dann musst du zu Hause gegen Darmstadt gewinnen, also ich erwarte mir, also wieder kein 5-0, mir reicht da auch ein 1-0, egal wie, Hauptsache du gewinnst das Spiel gegen Darmstadt zu Hause, das musst du gewinnen, da müssen drei Punkte eingeplant sein, und danach geht es auswärts nach Köln, wo wir eigentlich generell vom Rekord her, bis auf dieses eine 1-0 da in der Corona-Phase, wo ich auch da war, zwar vorgewillt da, irgendwie mit 500 Auswärtsfans oder so, und dann Modest, das war ganz, ganz, ganz bodenlose Auswärtsfahrt, ähm, aber sonst haben wir, glaube ich, in Köln dann auch gefühlt nie verloren, meistens auch gewonnen, letztes Jahr eben, das 0-0, wo ich auch am Start war in Köln, hab da aktuell auch auf YouTube, Insta und Twitter mal rausgehauen, äh, ob da irgendwer Tickets hat, also auch hier gerne bei euch, oder bei mir hier in die Kommentare reinschreiben, falls jemand noch zwei, äh, Sitzplatz-Tickets im Auswärtsblock vom VfB in Köln hat, weil ich hatte, bin damals nicht an Karten gekommen, und muss jetzt über den Weg versuchen, vielleicht bin ich ja noch erfolgreich, und komme irgendwie nach Köln über den, äh, Ticket-Aufruf, ich reposte ja immer wieder eure Ticket-Aufrufe dann, äh, auf Insta, jetzt muss ich mal selber ran, deswegen auch hier, zur Vollständigkeit halber, auch hier, falls irgendwer da was hat, sich gerne bei mir melden, irgendwie auf Twitter, auf Instagram, DM, gibt's ja die Möglichkeiten, äh, so wie noch zwei Sitzplatz-Karten, äh, fürs Auswärtsspiel in Köln, ähm, und auch da, also Köln hat auch, jetzt keinen besonderen, aber auch keinen schlechten Saison-Start, glaube ich, ähm, deswegen, da geht auch was, auch 3-11, wie gesagt, geht in Köln immer was, also, die drei Spiele musst du, oder darfst du, oder solltest du auf jeden Fall keins davon verlieren, drei Siege, neun Punkte, natürlich auch da, äh, sehr, sehr optimistisch, und wir neigen dazu, natürlich auch als VfB-Fans, oder generell als Fans von, Traditionsvereinen, die, die auch mal höher waren, ich sag mal tabellarisch, dann auch irgendwie ein bisschen abzuheben, wenn es wieder besser läuft, deswegen will ich da auch so ein bisschen reinstoppen, aber neun Punkte sind da nicht unmöglich, ne, ich hätte da schon gerne sieben, von mir aus auch fünf, auf jeden Fall keins verlieren, äh, wie gesagt, in Mainz, da solltest du auch nicht verlieren, gegen Darmstadt musst du gewinnen, Köln ist so ein Ding, weil Köln ja schon auch eine gewisse Stimmung, und alles entwickeln kann, und in Heimspielen, ähm, aber auch da musst du nicht verlieren, deswegen, ich geh mal, fünf Punkte, sieben Punkte, ich will gar nicht von neun ausgehen, aber fünf Punkte oder sieben Punkte, sind da halt definitiv, ähm, drin, und einer hat's auch ausgerechnet, wenn wir jetzt jedes Spiel, oder jedes Heimspiel, 5-0 gewinnen, und jedes Auswärtsspiel 5-1 verlieren, hätten wir am Ende der Saison 51 Punkte, und 102 zu 85, also plus 17 Tore, und das ist eine Zahl, wir reden immer von 40 Punkten Klassenerhalt, oder in den letzten Jahren haben auch irgendwie immer 33, 34 gereicht, 51, das ist eine Zahl, die, die kann man, die kann man mal mitnehmen, würde ich sagen, und zum Schluss noch ein paar Stats zum Spiel, paar Daten, die ihr aber hoffentlich sowieso schon im Pod Cannstatt gehört habt, aber ja meine Einspieler, das ist ja auch, äh, nichts Neues, mittlerweile echt schon eine Weile, die ich da auch mit dabei bin, in dem, äh, Podcast, ähm, und da natürlich ein paar Stats dazu rausgeholt, für das Freiburg-Spiel, deswegen wie immer hier gerne auch, oder mache ich immer wieder gerne auch Werbung für den Pod Cannstatt, ähm, deswegen da gerne dann, falls ihr schon gehört habt, dann gibt's jetzt hier ein bisschen Doppelungen, aber daher kommt es, da habe ich's rausgesucht, ähm, ein paar Stats eben zu dem Spiel, es waren jetzt 8 sieglose Spiele, dann entweder die Preisgauer geschlagen, ähm, sechs Punkte nach drei Spielen, das gab's zuletzt 2008, also auch wieder ewig her, dass wir so einen guten Saisonstart hatten, ähm, wir sind geteilt erster in den erzielten Toren in der Bundesliga bisher, mit elf Stück, ähm, dafür haben wir 41 Abschlüsse gebraucht, das ist nur der zehnthöchste Wert, aktuell sitzt also jeder 3,7. Abschluss, das ist absolut unglaublich, jeder 3,7. Abschluss sitzt aktuell, letzte Saison, also auf die gesamte Saison betrachtet, waren wir auf Platz 4 der meisten Torschüsse, 443, ähm, bei den Treffern aber nur auf Platz 14, nur 45, das heißt, damals waren's jeder 9,8. Schuss, also quasi jeder zehnte Schuss war drin, diese Saison ist quasi jeder vierte Schuss drin, äh, die Effizienz, die dürfen wir gerne weiter behalten, das ist wirklich komplett, komplett neue Welt für uns VfB-Fans, auch aktuell, wie sagt Torschützerküch, aktuell, Gira Si, hat für, äh, seine fünf Tore einfach zehn, einfach zehn Torschütze gebraucht, jeder zweite ist drin, komplett bodenlose Statistik, ähm, und, äh, der Letzte, der auch fünf Tore nach drei Spieltagen hatte, und auch der Einzel, glaube ich, neben ihm, der fünf Tore nach drei Spieltagen hatte beim VfB, war Karl Allgöver, ähm, 1984, 85 war das, der hat damals 19 Saisontor gehabt am Ende der Saison, mal gucken, ich hab ja mit Gira Si, äh, wie immer oder schon von Spieltag 1, von seinem ersten Tor gegen Bochum, reingebrüllt, 1 von 25, so auf Spaß, aber ey, wenn der das Tempo so weiter hält, mal gucken, also die 19 Tore von Allgöver kann das sogar knacken, natürlich immer vorausgesetzt, wenn er nicht verletzt ist und so weiter, eben auch so die Quote weiter hält, 25 immer noch ein bisschen ambitioniert, ne, aber es sind halt aktuell einfach schon nach drei Spieltagen fünf von 25 Saisontoren, wenn man so will, ähm, wie gesagt, zu Null gespielt, auch sau wichtig, Nübel angesprochen, dies, das, wir haben letzte Saison in 34 Bundesligaspielen zweimal zu Null gespielt, beide Spiele gegen Köln, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, das war glaube ich ausmitzig, dass gerade die beiden Spiele gegen Köln waren, 0-0 in Köln und 3-0 gegen Köln, ähm, jetzt haben wir es auch schon, 34 Spieltage, zweimal zu Null, zweimal Weiße Weste, die Saison, drei Spieltage und schon zwei Spiele zu Null, ist natürlich auch einfach brutal wichtig, auch für das Selbstbewusstsein von allen, nicht nur von Nübel, auch von der Defensive, vom Mittelfeld, von allen, die da defensiv mitarbeiten, ähm, sehr, 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 sehr wichtig, Nübel auch geteilt auf Platz 3 im Bundesliga-Vergleich bei den abgewährten Torschüssen bisher, ähm, was ich nochmal hervorheben muss, aus dem Spiel, ist das 3-0 und das 5-0, weil das 3-0 war, Thema Präzision, hatten wir gerade im Abschluss, aber auch generell, Passquote, super, ich glaube, wir sind ja genau, Platz 4 in der Bundesliga als Team, ähm, in Sachen Passquote, und das dritte Tor war ja wirklich ein Ball raus, Stiller mit einem supergeilen Ball auf Ito, der mit einer supergeilen Flanke und Girasie macht halt einen perfekten Stürmerlauf, das 3-0 war, war frech, das war respektlos gutes 3-0 und das 5-0 auch da, weil der auch anzusprechen ist, Mittelstädt, hackt da irgendwie drei, vier Mal rein, das ist auch brutal, der ist, kam nach 53 Minuten, in der 53. wurde der eingewechselt und hat trotzdem seit der 53. Minute zehn Zweikämpfe gewonnen, die meisten unter allen VfBlern auf dem Platz, obwohl er nur ein paar Minütchen hatte übertrieben, sondern nur eine zweite Halbzeit hatte, grob gesagt, auch brutal stark oder gutes Debüt von ihm auf jeden Fall und der auch mit diesem Ballgewinn, mit dieser Galligkeit, trotz 4-0, ähm, zu dem Zeitpunkt Ballgewinn, danach auch ein schöner Ball weiter, äh, Mio mit einem perfekten First Touch, noch eine Berührung und dann dritte Berührung, Abschluss eiskalt, also 3-0 und 5-0 waren wirklich unsagbar gut, deswegen würde ich die nochmal hervorheben, richtig, richtig geil, ähm, und dann, ja, wie gesagt, 1,94 Punkte Schnitt von Hoeneß, neun Siege, vier Unschieden, drei Niederlagen, ähm, aber natürlich auch trotzdem weiterhin das aktuell Wichtigste für uns, weil wir sollten nicht abheben, irgendwann darf man uns vielleicht, irgendwann, wenn wir uns weiter, aktuell Platz 3 ist es glaube ich, ne, wenn wir irgendwann weiterhin auf Platz 6 stehen oder sowas, irgendwie 4 Spieltage Verschluss, dann okay, ähm, natürlich dürfen wir uns auch so befreuen, das würde ich gar nicht nehmen, aber, äh, wir hatten auch schon Saisons, wo wir auf Europa League Kurs waren, gefühlt mit einem Gramni und sowas, deswegen, als VfB-Fan ist es glaube ich gut, gut, äh, gut dabei, wenn man da ein bisschen runterschraubt, einfach genießen und gucken, wie lange es so gut läuft oder hoffen, dass es weiterhin so gut läuft, ähm, und das Wichtigste trotzdem, da nochmal letzter Punkt, aktuell haben wir schon mal 5 Punkte Abstand, äh, äh, auf der Regationsplatz 16, also die müssen wir, äh, muss auch erstmal jemand aufholen, natürlich auch total wichtig, wie gesagt, auch Saisonstart, wir haben letzte Saison 10 Spieltage gebraucht für den ersten Sieg, waren von Beginn an komplett am Arsch, von Beginn an immer unten im Tabellenkeller, deswegen einfach geil, jetzt auch mal von Beginn an schon ein bisschen Polster aufzubauen, wie gesagt, 5 Punkte Abstand auf Platz 16 und es kann ja auch, wie gesagt, vorhin angesprochen, kann ja auch erstmal so weitergehen, ne, mit Mainz, Darmstadt, Köln, das ist zumindest mal auf dem Papier einfacher als Freiburg und Leipzig zum Beispiel, ähm, deswegen darf gerne so weitergehen und ich glaube, da hat absolut keiner was dagegen, wenn wir auch mal ein bisschen Polster aufgebaut haben an den ersten Spieltagen und nicht quasi, äh, ja, die Runde nochmal von hinten aufrollen müssen, dann gegen Ende von der Saison. Und zum Schluss noch Gemischtes, Nummer 1 ist so ein bisschen Ja, bitte, weil es ist überhaupt gar kein richtiges Gerücht oder sowas, es ist wirklich einfach nur rein, ein Tweet, den ich gesehen habe und wo ich dachte, den nehme ich mit rein, weil die Idee war ja so geil. Da hat jemand geschrieben, scheißegal, wen der VfB noch kauft oder verkauft, die Vereinsführung muss sich daran messen lassen, ob sie beim Endotransfer einen Testkick an der Enfield Road für den Sommer 2024 vereinbart haben oder nicht. Die Idee finde ich wahnsinnig geil. Wir hatten ja schon mal ein Testspiel gegen Liverpool in irgendeinem Trainingslager halt, also kein richtiges Stadion. Boah, wäre das geil. Das wäre unendlich geil. Ihr wisst ja auch, dass ich nach dem VfB, mit deutlich Abstand, aber nach dem VfB so ein bisschen an zweiter Stelle Liverpool-Fan bin, auch das Endotrikot geholt von Liverpool jetzt, auch sehr, sehr geile Nummer. Ähm, Testspiel in Liverpool, wäre zu krass. Ich glaube, Darmstadt hatte es dieses Jahr, ich glaube, Darmstadt ist auswärts bei Liverpool gewesen zu einem Testspiel. Wie geil wäre das bitte, ein Auswärtsspiel oder ein Testspiel an der Enfield Road den VfB zu sehen. Wenn es schon nicht international ist, wenn es schon nicht Euroleague ist, Champions League ist, da ein Testspiel, das wäre schon brutal geil. Natürlich auch, wie auch das Trikot, natürlich auch eine brutal teure Angelegenheit, dann nach England zu reisen, aber ist überhaupt kein Gerücht und überhaupt nichts, nur ein Tweet halt, aber den gehe ich mit. Das würde ich komplett feiern. Leihspieler habe ich hier noch geschrieben, weil natürlich Sanko wurde ausgeliehen und der Kollege, ich glaube, es war ja sogar auch direkt schon Liga, hat direkt getroffen. Direkt getroffen. Schöner Lupfer zum 3 zu 1 sehe ich hier im Video. Kurz vor Schluss, 85. Bisschen kontermäßig. Schön Kieber berlupft, hat direkt getroffen und auch Chil Dias hat direkt getroffen bei Liga Warschau. Das war aber, meine ich, ein Testspiel, also keine Liga, aber auch cool, dass der halt direkt schon mal direkt getroffen hat, direkt ein gutes Erlebnis hatte für sich und da sind wir noch nicht fertig. Wir werden in den letzten Jahren ja oft gesagt, so viel Leihgeschäfte und das klappt hier nicht und das klappt da nicht. Auf die Beers bei Magdeburg. Was hatten wir noch? Mola da irgendwo beim Blackburn Rovers. Überall so, naja, die Leihen ganz nett und klangen irgendwo auch sinnvoll, aber klappt halt doch nicht so ganz. Bei denen aktuell klappt es. Also Dias ist noch zu früh, Sanko auch zu früh, aber schon mal Tore gemacht, sich gut eingelebt anscheinendbar und auch Perea funktioniert. Drei Hütten in vier Spielen für Rostock. Ist das ein Wahnsinn, sehr viel mit zwei Hütten in der Nachspielzeit. Auch ein Fahr hier funktioniert. Das bei Elversberg, bei Aufsteiger aus der dritten Liga hoch. Ich glaube aktuell auch letzter oder ganz unten auf jeden Fall mit dabei und trotzdem auch der. Fünf Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Die Leihgeschäfte aktuell funktionieren und zumindest die hier, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ein Bär schlägt irgendwo in der Türkei und so eine Geschichte, aber es ist auf jeden Fall auffälliger, dass die Leihgeschäfte funktionieren im Vergleich zu den letzten Saisons, sage ich mal. Länderspielpause, die haben wir jetzt aktuell. Kurzer Überblick, wer da alles so weg ist, nämlich Jong mit Südkorea. Der ist eben jetzt Freundschaftsspiele und danach die Asienspiele. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Hiroki Ito ist mit Japan unterwegs. Da ist auch heute Abend, genau, es ist Freundschaftsspiel Deutschland-Japan. Silas ist für Afrika Cup-Qualifikationen unterwegs und Freundschaftsspiel mit Kongo. Gerasi auch Afrika Cup-Qualifikationen. Stergyu ist U21 mit der Schweiz unterwegs und Milosevic auch U19 unterwegs mit Serbien. Und ich meine, hat auch, ja genau, hat auch schon getroffen. Sehr, sehr geile Nummer auf jeden Fall. Und eben das eben das Thema. Afrika Cup Nummer 1, weil das hindert vielleicht Seru Gerasi daran, dass er bei uns Torschützenkönig wird in der Bundesliga. Weil da ist der Eröffnungsspiel am 13. Januar 2024 und der Endspiel am 11. Februar 2024. Und da wird ja alle Voraussicht nach dann, ja, er auch dabei sein. Seru Gerasi. Plus eben auch, da war ich mir gar nicht sicher, aber wenn er jetzt schon bei Qualifikationsspielen dabei ist, dann würde er wohl auch beim Cup an sich dabei sein, als auch Silas. Das heißt, du hast dann vermutlich, also ab dem 13. Januar, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es dann genau sind, aber ich sag mal ganz grob gesagt, irgendwie zwei, drei Spiele mal mindestens, keinen Silas und auch keinen Gerasi. Und Thema Asia Cup, da hängt ja auch wieder, hängt ja auch gewisse, gewisse Bonuszahlungen und sowas zusammen bei dem Freiburg-Transfer. Also von Freiburg zu uns, von Jong. Und auch eben sein Militärdienst und so Geschichten hängt da mit drin. Wie erfolgreich das ist, dass er eben um den, drumherum kommt, um diesen Militärdienst. Aber Jong ist dabei für die Asienspiele. Er wird die Bundesliga-Spieltage gegen Mainz und Darmstadt auf jeden Fall verpassen, wahrscheinlich durch die Gruppenphase oder so. Dann wohl auch den nächsten gegen Köln noch. Und wenn die Zürich-Korea eben sehr weit kommt, dann auch noch gegen Wolfsburg. Also Jong ist wahrscheinlich Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg weg, weil wir müssen ihm ja, ich bin gerade nicht sicher, ob die genaue Konstellation da, gerne mich da auch aufklären. Aber wir würden ihm mal wünschen, Thema hier mit Hertie und so weiter, dass er eben auch da erfolgreich ist bei den Asienspielen. Asienspielen dann, ja, für vier Spiele weg. Das ist schon ordentlich. Aber, muss man ja auch was sagen, auf der Position von Jong haben wir in gewisser Weise ein bisschen Luxusproblem. Undav kommt zurück, der da vielleicht irgendwie in die Richtung zocken kann oder vielleicht wieder umgestellt, dass er Doppelsturm mit Gerassi zocken kann und dass sowieso dann auch eine Wahl dann eben mit Gerassi weg ist für den Afrika Cup. Plus natürlich ganz einleuchtend direkt die vier Spiele, wenn Jong weg ist, Mio, Enzo Mio und fertig, doof gesagt. Natürlich das erstmal schade, dass wir ein paar Spieler haben, auch ein paar sehr wichtige Spieler haben. Jong ja auch bisher gut, gut gespielt, finde ich immer. Aber können wir, glaube ich, schon irgendwie auch kompensieren. Asien-Spiele dürfte aber zumindest, weil es so, so, ja, so, um so U24 Teams geht vom Alter her und auch so ein bisschen, so gefühlt wie Olympia, doof gesagt. Ich glaube, da schickt nicht jeder seine besten Spieler hin oder so, wenn ich nicht falsch liege oder so. Aber glaube ich zumindest, dass da auch ein Ito dann nicht dabei ist für Japan, so zum Beispiel, glaube ich. Aber, weil das auch so, die meisten Themen waren immer Jong, Gerasi, Silas, ich glaube Ito ist dann weiterhin bei uns, aber das müssen wir glaube ich abwarten oder wie gesagt gerne in die Kommentare mich da korrigieren. Nächster Punkt, 8 zu 3. Auch Thema Landshipping-Pause so ein bisschen, weil, ne, Testspiele in Landshipping-Pause ist ja üblich. 8 zu 3. Lief auf YouTube, Stuttgart gegen Sandgallen und die haben wir einfach mal wirklich 8 zu 3 weggemacht. Das ist, also wie gesagt, das ist ein Testspiel, ne. Aber trotzdem einfach auch schön zu sehen, wie gut das laufen kann und eben vor allem, wie die Offensive anläuft. Das ist ja bodenlos. Also offensiv, wir haben jetzt, keine Ahnung, was ist das jetzt irgendwie, 30 Hütten oder so in 5 Spielen? Das ist ja brutal. 8 zu 3. auch hier Startelf-Debüt, auch hier Startelf-Debüt oder generell-Debüt für Ruo in der Defensive. Treffer von Leverling-Doppelpack, Mio, Eckloff, Stiller, Raul, Paula aus der zweiten und Casanaras auch mit dem Doppelpack. Einer davon war, glaube ich, ein Treffer per Elfmeter. Ich habe das Testspiel gar nicht so live verfolgt, sind Tore nachgeholt dann im Video oder im Livestream VfB nochmal durchgescrollt, quasi durchgeskippt, die Tore angeschaut. Aber Moussa Cissé war auch dabei, hat auch gespielt, ich glaube Startelf sogar. Das ist der aus der VfB U23 oder VfB 2, wie auch immer, der Linksverteidiger damals geholt wurde, ich glaube von der PSG-Jugend unter Misset hat damals noch. Und Links ist ja so ein Thema, wie gesagt, Kader-Video und so, vielleicht mal, oder sehr wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt noch, wo ein bisschen ein Thema hätte, weil wie gesagt, vielleicht muss er wirklich auch in Itos und Asien spielen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal nicht, aber wenn da irgendwer ausfällt, dann hast du da Probleme, weil klar, du hast Mittelstädt hinstellen oder so, aber Linksverteidiger wollten viele noch ein richtiges Backup haben für Sosa, was ja nicht kam und was nie geplant war, wenn es Sosa geht, weil man hat ja Ito und Mittelstädt war so die Begründung und ey, warum nicht? Der war eigentlich ganz ordentlich scheinbar, hat einen guten, frechen Eindruck hinterlassen, warum denn nicht, wenn da einer aus der Jugend hochkommt, Führig auch da hervorzuheben, ein, zwei geile Vorlagen gehabt, schöne Pässe, also Führig-Season ist tatsächlich echt richtig am Anlaufen, Leverling ist wirklich auch immer wieder gut in den Testspielen, wie gesagt, Cissé hat ja auch von vielen Lob bekommen, Eckloff hat Lob bekommen, Paula auch, schöne Hütte gemacht, hier Raoul Paula, Stiller hat wieder gut ausgesehen auf dem Tor gemacht, Casanaris schön für ihn nach der Verletzung das Hütten gemacht hat und Mio auch mit einem schönen Tor aus spitzem Winkel und bei St. Gallen muss man echt sagen, hat er auch geschrieben auf Twitter, wie lange machen die jetzt eigentlich noch mit? Bei St. Gallen ist so ein absolute Klassiker geworden für Testspiele, wir hatten ein Testspiel 219, 221, 222 und jetzt 223, 4-1 Sieg, 3-0 Sieg, 3-0 Sieg, 8-3 Sieg, wie lange machte St. Gallen noch mit? Dazu haben wir ja Steregiu von denen geholt, ich glaube, wir haben auch zu denen ein paar Leute ausgeliehen, ich glaube Münst haben wir mal ausgeliehen, ich weiß nicht, ob der noch da ist oder wieder zurückgekehrt ist von der Laie, wir hatten auch Magdizzer zu denen ausgeliehen und eben dann zurückgekauft wieder, das heißt, so ist echte Connection da mit St. Gallen auch und eben jetzt eben ganz aktuell natürlich auch Steregiu von St. Gallen zu uns gekommen, erstmal auf Laie, aber dann ja auch mit Kaufoptionen, dies, das, dann haben wir das Thema Sportvorstand, das Thema Sportvorstand, da kam zuerst ein Artikel zu dem Joti, ich sage aber nur Joti, bei Nachname Schatzi Alexiu, ich habe keine Ahnung, oder Joti, von Beißen auch einfach so abkürzt, ein wilder Nachname, dass der ein Kandidat sein soll, wir suchen ja nach einem neuen Sportvorstand, der ist aktuell Leiter der Nationalmannschaften beim DFB und ja, der war auch schon mal in der Vergangenheit bei uns gehandelt worden und ich meine, dass er damals, oder dass es damals auch nicht so, nicht so wirklich geklappt hat, weil ich glaube, auch Missit hat, nicht wirklich Bock auf den hatte als Sportvorstand, also erstmal ein Name, der hier grundsätzlich nicht so gut angenommen wurde, von den VfB-Fans online zumindest ist und auch ganz klar, es soll natürlich ein Sportvorstand erst später kommen, also wird es keiner mehr vorgestellt vor der Mitgliederversammlung, ist auch wieder so ein Thema für Herbst halt, soll eben auch die Mitgliederversammlung am Sonntag oder morgen dann ein Stimmungstest sein, wurde auch so berichtet, bevor man eben die Frage nach einem neuen Sportvorstand beantwortet, auch in den Gerüchten ist dann natürlich Fabian Wohlgemuth, dass der vielleicht aufsteigt für den Sportvorstand, aber dann ja, wirst du eben auch, hast du wieder einen neuen Posten frei, dann musst du ja wieder einen Sportdirektor besetzen und mach das dann einfach beides, macht der Sportvorstand und Sportdirektor dann einfach beides, das ist auch so ein bisschen die Frage dann da, ich will es jetzt gar nicht bewerten, ob der gut genug ist oder bis jetzt gut genug Arbeit geleistet hat, um eben diese, diesen das Upgrade zu bekommen, sag ich mal, also da hätte ich irgendwie doch vielleicht auch lieber eine andere Lösung als eine interne, dann aber eine Lösung in den Raum geworfen worden von der Bild, ja, die ich dann aber halt, dann halt doch lieber Wohlgemuth fasst, weil da wurde auf einmal Horst Held wieder reingeworfen, Horst Held wurde reingeschmissen in die Gerüchte, er sollte wohl auch sogar gestern am Freitag seine Ideen präsentieren und wenn er die Bosse überzeugt, dann könnte es im Anschluss ganz schnell gehen, es wurde auch sofort dementiert auch von Ricky Palmer und so weiter, auch von Horst Held selbst im Interview bei Sky, dass er am Freitag golfen geht und nicht beim VfB ist, aber von beiden wurde es auch nicht dementiert, dass er ein Kandidat ist. Ricky Palmer bringt auch da wieder ein bisschen Ruhe ein oder ein bisschen, ja, doch Ruhe ein, sag ich mal, weil er scheinbar kein Kandidat sein sollte, den der Aufsichtsrat favorisiert, das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil, ja, persönlich gegen Held, keine Ahnung, ne, ist immer schwierig, persönlich gegen die Leute was zu haben oder so grundsätzlich, aber Horst Held ist halt auf der Position echt so ein bisschen Labbadia 2.0, so, es ist fast so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil der auch von Beginn an dann von den meisten Fans einfach nicht gut begrüßt wird, nicht gut aufgenommen wird, nicht gut geheißen wird, wenn man das so formuliert, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, da baut sich dann Werle irgendwie echt so ein bisschen seinen Köln 2.0 auf, ist ein Werle da, ein Held da, damals war noch ein Fee da in irgendeiner Rolle, damals war dann auch noch ein Gießdoll als Trainer da, schwierig, also ich glaube, mit dem Namen Horst Held kannst du hier ein Stück gerade nicht mehr unbedingt so easy ankommen, aber wie gesagt, da wurde ja ein bisschen dementiert von Ricky Palm und Co., ähm, Gendner wurde von, vom Kicker reingeworfen, dass man sich vielleicht auch da überlegt, dass, äh, Wohlgeber eben aufrückt, und dann, äh, also zum Sportverstand, und dann Gendner von seiner Lizenzspielerabteilung an die Sportdirektor, äh, Aufgaben herangeführt wird. Auch da erstmal, schwierig, auch von allen VfB-Fans schwierig aufgefasst, gehe ich auch mit, weil, wo ist bisher der Nachweis dafür, dass du Gendner als Sportdirektor bringen kannst, so. Ein Hitzesberger damals war ja auch so ein bisschen, äh, Neuland für ihn, die Position, aber der war halt davor noch im NLZ und sowas, der war halt einfach ein bisschen mehr Vorlauf auch, ähm, ich würde es jetzt auch im Gendner gar nicht generell absprechen, oder die Idee generell absprechen, aber da hätte ich schon noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen länger Zeit, oder ein bisschen, würde gerne Gendner ein bisschen länger Zeit geben in der jetzigen Rolle, auch vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, keine Ahnung, was man da machen kann, für, keine Ahnung, Ausbildungen, Lehrgänge, whatever, von UEFA, von DFB, blablabla, da gibt es ja auch genügend Sachen, ähm, bevor der da jetzt eine Sportdirektorrolle irgendwie annimmt oder da herangeführt wird, aber es ist ja auch nur ein Gedankenspiel der schon gar nicht verantwortlichen, äh, laut dem Kicker, ähm, auch in Gerüchten von der Bild noch zum Abschluss war Sutter von St. Gallen und Spücher, Spücher, keine Ahnung, von Young Boys Bern, ähm, die sind auch Kandidaten sein für Sportvorstand, also eben welche, die auch wenigstens aktuell bei der Position sind und da eben auch schon was nachgewiesen haben, also kann ich jetzt nicht sagen, was sie nachgewiesen haben, aber nochmal was anderes als ein Gentner oder sowas, sag ich mal, ähm, aber bei denen eben schwierig, die haben langfristige Verträge, äh, da ist es schwierig, ob man die wirklich abwerben kann und so jemand wie ein Held zum Beispiel wäre eben aktuell frei, ähm, also das bleibt zu beobachten, ich denke auch nicht, dass wir in den nächsten Wochen direkt schon Vollzug haben, ähm, da hieß glaube ich auch immer wieder Herbst, deswegen ich glaube, ähm, da könnte was passieren, irgendwann bis, bis halt Winter oder so, in den Herbst hinein, aber die nächsten Wochen vielleicht ein paar Gerüchte, nicht direkt was offiziell wird in irgendeiner Form, Mitgliederversammlung, ist morgen in Stuttgart, äh, in der MHP Arena tatsächlich, ähm, Versammlungsbeginn ist um 13 Uhr, die rechnen mit einer sehr, sehr langen, die rechnen wirklich mit 20 Uhr, vielleicht sogar 21 Uhr, sehr viel auf der Tagesordnung, da muss ich, aber ganz ehrlich sagen, und so ehrlich bin ich da ja auch immer, glaube ich, mit euch, äh, äh, dass ich da der falsche Ansprechpartner bin, also wenn es um die Themen Vereinspolitik geht, wenn es da irgendwie um Themen wie Abwahlanträge geht, oder um, ja, das Auseinandernehmen von den Anträgen, und was läuft im Verein gerade, vereinspolitisch und so weiter, äh, falsch und so, da bin ich schlicht und ergreifend der Falsche, also ich werde hier keine, vielleicht berichte ich ein bisschen was, eben die offiziellen Sachen, die passiert sind, von der Mitgliederversammlung wahrscheinlich, nicht in irgendeiner Form, ähm, aber mehr auch nicht, so in Bewertung und sowas, ist das da auch schwierig für mich, weil ich da eben einfach nicht so tief drin bin, und ehrlicherweise da auch nicht so tief drin sein will, so bin ich ganz ehrlich mit euch, am Ende des Tages wird auch absolut immer, das sportliche, alles, übertreffen, also ich glaube, rund um das 5-0 gegen Freiburg, hat sich auch keiner um den Abwahlantrag von Klaus Vogt geschert, in erster Linie, weil das zum Beispiel ein großes Thema natürlich, was da ist, äh, ein Abwahlantrag gegen Klaus Vogt, es gibt auch noch Abwahlanträge, äh, gegen, ein paar weitere hier, genau, Vereinsbeiratsmitglieder und so Geschichten, ähm, ja, Einzelentlassungen, so der klassische, das klassische, äh, Gedöns, ähm, Mitgliederaussprache und so weiter und so fort, wird ein sehr langes Ding, interessant wird wahrscheinlich auch dann das Thema Finanzen, ähm, wird natürlich auch, also, ich glaube, es darf offiziell keine Bilder und nichts raus aus der Mitgliedsversammlung, aber trotzdem wird natürlich die VfB berichten und die Medienberichte, also das kann man auf jeden Fall verfolgen, dann auch im Live-Ticker-Stil, dann morgen Mittag, ab dann 13 Uhr, 13.30, ähm, äh, das werde ich auch tun, ähm, deswegen, das wird ein langes Ding und auch eine große Mitgliedsversammlung, ich glaube trotzdem, dass da so viele kommen wahrscheinlich, ich glaube, das letzte Mal waren echt nur 5, 600 da, vielleicht kommt diesmal 1.000, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, und da ist eben auch der nächste Punkt, bei dem Thema, ähm, bei dem Thema Mitgliedsversammlung, wir haben 80.000 Mitglieder, ne, wir haben 80.000 Mitglieder, und am Ende, ich meine, du kannst es auch nicht großartig anders umsetzen, sag ich mal, weil, wie willst du denn das virtuell machen, oder wie willst du das machen, irgendwie Briefwahl, oder wie willst du das machen, dass ja jeder abstimmen kann, aber ich tue mich da generell dann schwer damit, das so wirklich direkt zu bewerten, oder das so als generelle VfB-Meinung zu nehmen, oder generelle VfB-Fan-Meinung zu nehmen, wenn er halt, wenn wir jetzt sagen, 80.000 Mitglieder, und 1.000 kommen zur Mitgliedsversammlung, klar, es ist jedem freigestellt, da hinzukommen, also jeder kann mitbestimmen, wenn er das will, wenn ihm das wichtig ist, also das ist auf jeden Fall gegeben, aber eines Tages kommen dann vielleicht 1.000 oder so, jetzt mal als Beispiel, das sind halt 1,25% von den Mitgliedern, dann bestimmt da halt am Sonntag 1% von den Mitgliedern darüber, ob ein Klaus Vogt zum Beispiel abgewählt wird, und deswegen tue ich mich da generell ein bisschen schwer, mit dem Ernst nehmen, das wäre ein bisschen zu hart, ein bisschen zu großes Wort dafür, mit der Bewertung von den Mitgliedern versammlungen, weil es ist halt nicht die Mitgliedermeinung, so ganz doof gesagt, es sind 80.000 Mitglieder, davon stimmen 1.000 ab, das kannst du halt nicht als, oder generell nicht sagen, dass die Mitglieder Klaus Vogt oder so zum Beispiel abgewählt haben, oder dass er jetzt große Meinung zu hätte, ob er ihn abwählen sollte oder nicht, da bin ich auch nicht tief genug drin, so Präsidentenposten werde ich auch nie für so elementar wichtig, empfinden, wie es vielleicht manche tun, nach dem Motto irgendwie, wir steigen ab wegen dem Präsidenten, oder wir steigen sportlich ab wegen dem Präsidenten, so weit werde ich da nie gehen, auch immer schwer ist zu bewerten, gerade beim Thema Klaus Vogt, was da berichtet wird, was davon richtig ist, wie es wirklich in Wirklichkeit ist, deswegen will ich mir da auch fast einfach kein, kein richtiges Urteil anmaßen, ich berichte hier halt darüber, auch mal ein bisschen Meinung, aber tiefer, wie gesagt, tiefer gehe ich da echt nicht in Sachen Vereinspolitik, weil ich es auch einfach nicht kann, und auch einfach nicht will, sag ich mal, aber vielleicht versteht er es, vielleicht findet er es auch falsch, die Haltung, aber wenn da 1000 Mitglieder kommen, 1000 Mitglieder abstimmen, 1%, 1,25% von mir aus, von den 80.000 Mitgliedern, ist das Thema Mitgliedsversammlungen und zu Abstimmungen immer generell schwierig, für mich zu bewerten, schwierig für mich für voll zu nehmen, oder für die VfB-Fan und VfB-Mitgliederbeinung dann zu halten, zu bewerten, es gab einen längeren Podcast, jetzt den VfB-SDR-Podcast mit Klaus Vogt, da habe ich zweieinhalb Stunden lang über viel, viel gesprochen, habe auch, habe mir auch oft hier als Quelle drin, also habe ich auch eine recht hohe Meinung von Ricky Palm, fand es auch okay, den Podcast, die Gespräche und so weiter, fand ich okay, hat gemerkt, ein paar Sachen wollte er vielleicht innerlich noch ein bisschen mehr nachhatten, noch ein bisschen mehr Kritik bringen, also aber eben trotzdem dann nicht getan oder eben nicht mit der Anwesenheit von Klaus Vogt oder in dem Stile von es ist jetzt ein VfB-Podcast, vielleicht nicht so tief gegraben, nicht so, einfach mal laut geworden, kritisch geworden, wie es vielleicht noch in nur STR-Zeiten geworden wäre, wie gesagt, ich habe hohe Meinung von ihm, fand es Interview auch grundsätzlich nicht so schlimm, wie es manche finden, aber es kommt halt schon sehr, sehr krass so rüber, oder hier hat es einer geschrieben quasi, auf Twitter nach 40 Minuten VfB-SDR weiß ich jetzt zumindest, dass in unserem Verein nahezu alles perfekt läuft, deswegen, ja, schwierig, also es war schon sehr, sehr positiv, das kann ja auch alles stimmen und bei vielen Sachen, wie gesagt, Thema Abwahl von Klaus Vogt wahrscheinlich somit das größte Thema ist auf der Mitgliedsversammlung morgen Mittag, morgen Nachmittag und wahrscheinlich auch bis hin morgen Abend hinein, finde ich schwierig zu bewerten und weiß nicht, ob ich es sinnvoll erachten würde, weil dann brauchst du ja auch wieder einen nächsten Kandidaten, du brauchst ja einen Ersatz für Klaus Vogt, wenn du ihn abwählst und sowas, deswegen gibt es auch viele Dinger, die mir auch ein Klaus Vogt vielleicht näher gebracht hat in diesem Podcast, die ich eben auch abnehme, so auch Thema Sponsoring und sowas wieder, deswegen grundsätzlich gut, aber es kamen wirklich schon rüber, zweieinhalb Stunden über über einen VfB gequatscht, über alles gequatscht, auch wie immer halt, keine Ahnung, die Einsicht bei Labbadia fehlt irgendwie weiterhin komplett, man muss auch sagen, dass es uns am Ende des Tages auch egal sein kann, dass die es halt offiziell als Fehler betiteln, Werle, Vogt und Co., aber sie tun es halt wirklich ums Verrecken nicht, also es kommt wirklich fast so rüber, als hätten sie irgendwie in diesen Vertrag mit Labbadia eingetragen, dass wenn es schief geht, dass sie die Anstellung nie öffentlich als Fehler bezeichnen können, weil auch er hat es wieder, auch Ricky hat es wieder versucht, aber du warst ein Fehler oder auch andere Interviews mit Werle und generell gab es immer wieder das Thema, war es ein Fehler, Labbadia zu holen, jedes Mal kommt, wir waren uns sicher, als er kam und da muss man aber auch Fehler eingestehen und sie korrigieren und das haben wir getan, aber es wird nie, der Satz, Labbadia anzustellen, war ein Fehler, er kommt nie auf die Art und Weise, als hätten sie da fast so ein, keine Ahnung, fast einen Vertrag für unterschrieben, dass sie es nicht so ausdrücken dürfen, das ist echt verrückt, auch bei ihm wieder, ich war auch ein bisschen auf der Seite, aber nicht so krass, wie es jetzt Werle und Vogt tun, nach dem Motto, ja, Gerasi hat gefehlt und er hat uns in Fitness jetzt voll viel weitergebracht und auch ein bisschen Spielunglück gehabt, also so scheiße war es ja gar nicht unter Labbadia, finde ich auch ein bisschen schwierig, das so simpel wegzumachen, nach dem Motto, er hatte halt Pech, aber eigentlich war es voll geil, weil es ist ja auch nicht die Wahrheit einfach, also wie gesagt, den Podcast fand ich in Ordnung, wie gesagt, nicht so schlimm wie manche, aber der VfB kommt mir deutlich zu gut weg, so, es läuft deutlich zu gut, oder es klingt deutlich zu gut, wenn es wirklich so läuft, dann supergeile Nummer, dann freue ich mich wirklich riesig, dass es wirklich so geil läuft beim VfB aktuell, aber man kann es halt irgendwie nach den letzten Jahren, nach dem Krisen VfB, wie der VfB normalerweise agiert, halt einfach nicht so ganz für voll nehmen, dass es wirklich so, ja, keine Ahnung, so blüht hier im Verein, wie es da in diesem Podcast rüberkommt, aber, ein letzter Satz, den ich auch richtig fand, und wichtig fand, von Vogt, und eben auch so ein bisschen fast diese Rolle, oder fast die Haltung mit reinspielt, von wegen, wir haben jetzt 1.000 Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung, die abstimmen, und 80.000 sind es eigentlich insgesamt, hier quasi übertragen, inhaltlich in das Thema, auch die Kurve sind nicht die sozialen Medien, in den sozialen Medien denken viele, sie sind die Kurve, das ist definitiv nicht so, und das kann man ja quasi genau darüber ziehen, in die Richtung von die 1.000, die da abstimmen, sind die Mitglieder, oder das ist die VfB-Mitgliedermeinung, was ja einfach auch nicht stimmt, weil wir haben 79.000 weitere, ne, so von dem Ding her, und da kann ich auch voll mitgehen, ähm, Twitter und sowas, brauchen wir nicht drüber reden, so Spiele generell, wird eher schwieriger und nerviger, sich da auszutauschen, sich da Meinungen anzuhören, auch mal gescheit zu diskutieren, oder sowas, äh, das wird eher alles nerviger, als es, als dass es besser wird, im Vergleich zu früher, ähm, deswegen gehe ich da auch voll mit bei der Aussage, dass sich da auch manche vielleicht ein bisschen, bisschen hochspielen, oder manche vielleicht, oder die Meinung vielleicht generell, äh, Meinungsbild auf Social Media generell ein bisschen hochgespielt wird, weil es vielleicht vielleicht in der Realität dann eben halt doch nicht so ist, ne, ganz klare Geschichte, und dann noch vorletzter Punkt, 130 Jahre VfB, ähm, haben wir heute, am 9.9., alles Gute VfB, ähm, am 9. September 1893, jetzt sind es 130 Jahre, dafür wird ein bisschen Action gemacht, ein bisschen VfB-Logo am Rathaus und so weiter, äh, beleuchtet, sehr, sehr nice, und bin mal gespannt drauf, weil, gut, eine dicke Choreo für 130 Jahre VfB erwarte ich mal auswärts nicht, weil es gibt was Kleines in Mainz, ähm, aber vielleicht dagegen Darmstadt dann, ne, weil 130 ist halt auch eine runde Summe, ist eine geile, eine, ja, eine geile Zahl, das andere ist jetzt 129 oder so, ne, wenn ihr versteht, was ich meine, bei 125 gab es glaube ich auch eine dicke Choreo, ähm, deswegen, vielleicht kann uns da etwas Geiles erwarten, dann vielleicht dann gegen Darmstadt, äh, im Heimspiel, und letzter Punkt, wir sind wieder wer, ähm, und dann sagen wir es einfach so, Vogt hatte recht, im Verein läuft doch einfach alles genau richtig, weil, viermal Top 3 für den VfB aktuell, die Profis auf Platz 3 der Bundesliga, die U21 auf Platz 1, die U19 auf Platz 3, und die U17 auf Platz 1, das ist doch, also, das geht doch runter, wie Öl, runter wie Wasser, ist mir egal, einfach geil, damit, genau damit kann man rausgehen, aus diese, äh, ja, Podcast, äh, Podcast-Folge, sage ich mal, wie immer noch hier gerne, ähm, Instagram abchecken, ganz zum Schluss hier, weil da natürlich die News und so Geschichten, auch Thema Mitgliedsversammlung und sowas, äh, die aktuellen Geschehnisse natürlich viel, viel schneller in der Instagram-Story landen, als sie das, äh, in irgendeiner, ja, in irgendeinem längeren, aufwendigeren, äh, kompakteren YouTube-Videos, äh, tun natürlich, dass wir gerne Instagram abchecken, weil er noch aktueller um den VfB, ähm, informiert sein will, Instagram-Stories, dies, das, ähm, dann würde ich sagen, das war's von dieser, wahrscheinlich wieder recht langen Folge, äh, über eine Stunde wahrscheinlich wieder grob, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen natürlich trotzdem auch, obwohl es nur ein Standbild ist auf YouTube, ähm, gerne auch hier nochmal, letztes Mal kam, ich glaube da gar nichts dazu, aber gerne dir das Feedback geben, ob das alles läuft mit den Apple-Podcasts, weil ich meine, es ja irgendwie eingerichtet zu haben, deswegen gerne, wer das hört, und wer es, gab es ja ein paar, die es auch sich gewünscht haben, deswegen gerne, die auch vor allem sich melden, ob das funktioniert, ob man den Podcast auch so, wie, wie man sich es erhofft, äh, bei den Apple-Podcasts hören kann, hier auf YouTube immer gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen nochmal, und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik